Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Was sind Fake News? Zum Beispiel einen Fototermin auf der Reichstagstreppe samt Schwenken internationaler Fahnen zum Sturm auf den Reichstag aufzublasen. Was war es wirklich? O-Ton! Wir gehen da hoch und setzen uns friedlich auf die Treppe und zeigen Präsident Trump, dass wir den Weltfrieden wollen. Absperrungen zu durchbrechen, ist natürlich inakzeptabel, aber nicht minder, das zum Putsch von Extremisten hochzustilisieren, nur um nichtgenehme Protestler per Kontaktschuld einzuschüchtern. Bei Black Lives Matter hörte man nichts von Infektionen. Solch zweierlei Maß macht sie unglaubwürdig. Hunderttausende Mitbürger sind besorgt um den Bestand der Grundrechte unter dieser Regierung. Diese Menschen, die Sie als rechtsextrem diffamieren, die wollen nur ihr Leben zurück. Diese Fahne gibt nämlich nichts her. Schwarz-Weiß-Rot ist nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Bei der Treppe, die dann bleibt, da ist die künstliche Erregung eine ganz neu entdeckte Empfindlichkeit. 2010 stürmen hunderte Atomkraftgegner die Reichstagstreppe, die Polizei lässt sie gewähren. Diesen Juni stürmt Extinction Rebellion in den Reichstag, wirft Flugblätter. Keine Reaktion. Tags darauf klettert Greenpeace auf den Reichstag, lässt sich abseilen, um einen Banner zu enthüllen. Alles eitelwohl gefallen. Aber diese Treppen-Selfie-Truppe als Quasi-Putschisten, das ist doch Heuchelei vom Feinsten. Keiner versuchte gewaltsam ins Gebäude einzudringen, nicht eine Scheibe ging zu Bruch. Dieses Belügen der Bevölkerung muss ein Ende haben. Dieser Sturm auf den Reichstag war nur ein Sturm im Wasserglas. Aber es gibt eine sichere Methode, den Rechtsstaat zu zerstören, die alltägliche Straßengewalt gegen Recht und Ordnung zu bagatellisieren. Da wird die Ordnungsmacht des Staates bekämpft. In Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, jeder Flaschen- und Steinwurf geschieht mit bedingtem Tötungsvorsatz. Da wird der Staat in seiner Polizei diffamiert mit einer unangemessen herbeigezerrten Polizeiproblemdebatte. Das eine, die angebliche Bedrohung des Reichstags, totaler Fake. Das andere, das ist die tatsächliche Verachtung des Rechtsstaats, mit angeheizt von Politik und Medien. Tagelanger Straßenkrieg in Leipzig, seit Jahren geduldet von der CDU. SPD-Vorsitzende Esken sieht sich an der Seite dieser antidemokratischen Faschisten, kurz Antifa. Auch vom Bundespräsidenten dort keine Einladung der Polizisten, die da für den Staat ihre Knochen hinhalten. Das ist ja auch der Bundespräsident, der eine gewaltverherrlichende Punkband empfiehlt mit O-Ton. Die Bullenhelme sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt er in die Fresse rein. Nicht der Reichstag braucht einen Graben, sondern unsere Polizei. Schutz gegen Straßenterror und Medienhetze. Bei der Taz-Äußerung, Polizisten auf den Abfall unter ihresgleichen, stand die Kanzlerin auf Seiten der Antipolizeihetzler. Straftatenanzeigen kostet nämlich linke Stimmen. Also lieber Hände weg. Das war Rückendeckung für die linken Schläger von Stuttgart und Frankfurt. Und das ist nur der linke Terror. In Berlin gerade wieder ein islamistischer Anschlag. Wieder abgelehnter Asylbewerber. Rückführung ins Erstzutrittsland Finnland? Fehlanzeige. In den Irak? Auch nicht, obwohl der islamische Staat dort besiegt ist. Der will mit einem Wagen auf der Autobahn Leute totfahren. Alles mit Allahu Akbar und Gebetsteppich. Ohne seriöse Prüfung wird er schnell in Richtung Klapse entsorgt, nur nicht auseinandersetzen mit dem Hintergrund, den gewalttätigen Überlegenheitsfantasien des koranischen Scharia-Islam. Salafisten und Muslimbruderschaft unterwandern Moscheen und Vereine. Und obwohl der Verfassungsschutz den größten Teilverband des Zentralrats der Muslime den rechtsextremistischen grauen Wölfen zurechnet, der Innenminister will weiter mit denen kuscheln. Verharmlosen ist wichtiger. Dabei hat der Generalbundesanwalt letztes Jahr 60 Prozent der Verfahren im islamistischen Bereich. Hunderte Gefährder werden einfach nicht abgeschoben, müssen millionenteuer überwacht werden. Ein einzelner Syrer kostet jetzt schon 5 Millionen Euro. Sein Haftbefehl wird nicht ausgeführt. Er läuft draußen rum. Nochmal. Gefährder sind die Personen, denen jederzeit eine schwere Gewalttat bis hin zum Terroranschlag zugetraut wird. Abschiebehaft? Pustekuchen? Ausweisung? In Berlin doch nicht. Und das sind Hunderte. Diese Regierung gefährdet fahrlässig das Leben unserer Bürger, meine Damen und Herren. Was für eine Heuchelei. Ein paar Leute auf den Reichstagstreppen sind eine Staatskrise. Aber drei Tage Bürgerkrieg gegen die Polizei sind diesen Regierenden kein Wort wert. Und hunderte Zeitbomben auf den Straßen, die lässt man einfach rumlaufen. Aber Menschen, die statt überzogener Maulkorb-Edikte Faktenbasierte Maßnahmen mit Augenmaß wollen, die sollen kriminalisiert werden. Nein, meine Damen und Herren, eine Regierung, die ihre Kritiker zu Staatsfeinden erklärt, die ist selbst eine Gefahr für die Demokratie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Moria, die griechische Regierung teilt mit, die Migranten haben selbst Feuer gelegt. Es handele sich um Menschen, die ihr Gastland nicht respektieren. Österreichs Innenminister sagt, wer unsere Hilfsbereitschaft mit Füßen tritt, kann nicht mit Schutz in Europa rechnen. Die Niederländer sagen, dass sie keine Menschen übernehmen. Eine europäische Lösung wird es nicht geben. Alle wissen, im Zweifelsfall nimmt Merkel am Ende auch wieder alle alleine. Was war passiert? In der Nacht wurden zeitgleich mehrere Brände gelegt, Feuerwehrleute beim Löschen mit Steinen beworfen, Migranten singen Bye-bye-Moria, nachts drauf erneut. Was noch heil war, wird abgefackelt, noch unversehrte Zelte und Unterkünfte niedergebrannt. Dieselbe infame Strategie wie bei den Bootsbetrügern vor Libyen. Man macht sich hilflos, um daraus Ansprüche zu erpressen. Was für eine unverschämte Anspruchshaltung. Alles seit September 2015. Die Linke gibt den Wirtschaftsmigranten und Asylbehauptern die Losung vor. Wenn dir die erste geschenkte Hütte nicht mehr zusagt, fackelt sie ab, dann müssen sie dir was Besseres geben. Wollen wir wirklich Leute hier haben, die nächtlich Feuer legen, Rettungskräfte angreifen, noch Häuser der Inselbewohner abfackeln? Die St. Georg Kirche auf Lesbos wurde komplett verwüstet, Inventar zerstört, Heiligenikonen verbrannt. Vor einem Jahr legten Migranten ein Feuer, in dem eine Frau und ein Kind starben. Diese Klientel will die Linke hier im Lande und wirbt die Feuerteufel von Moria, bald auch in ihrer Nachbarschaft. Die deutschen Bürger lehnen dankend ab, meine Damen und Herren. Warum sollte Deutschland Wirtschaftsmigranten und Erpresser auch noch belohnen mit Sozialhilfe und Luxusunterkünften? Hilfe ist vor Ort zu leisten, das heißt nicht auf griechischen Inseln, sondern in den Heimatregionen. Dorthin ist zu evakuieren. Die Reise nach Deutschland gäbe einen Nachzugseffekt, ein Fass ohne Boden. Und nur eine Frage der Zeit, bis weitere Lager brennen. Soll das Schule machen? Und wenn sie dann hier sind, werden dann wieder Asylheime angesteckt, um luxuriösere Unterkünfte zu erzwingen? So wie 2016 ein Marokkaner in Düsseldorf sein Flüchtlingsheim abfackelte, weil er keinen Schokopudding bekam. Eine Schande, dass es keinen Schokopudding gab. Die sind zu 70 Prozent aus Afghanistan. Wenn in Leipzig bald Bürgerkriegszustände herrschen, gehen sie dann nach Griechenland oder Afghanistan oder nicht eher nach Bayern oder Brandenburg? Was für eine schamlose Lüge dieser als Flucht verbrämte Sozialtourismus. Was hier Not tut, ist konsequent Grenzen schützen, Migranten abweisen, illegale abschieben. Dann kommen keine mehr, keine überfüllten Lager, keine Brände, keine Mittelmeertoten. Und mit den eingesparten Milliarden kann man hundertmal mehr vor Ort helfen. Das wäre wahre Humanität. Aber wer jetzt wieder Asylbehauptung importieren will, kann Kanzler. Ein Überbietungswettbewerb. Eben noch, wer ist der härteste Corona-Sheriff? Jetzt, wer holt mehr Sozialhilfeempfänger? Laschet 1 000, Röttgen 5 000, fehlen noch März 10 000, Söder ganz Afrika. Plant er das von Neunschwanstein aus zu verkünden? Nein, meine Damen und Herren, dieselben Leute, die wir haben Platz skandieren, beschweren sich über Miet-Explosionen in den Städten, zu wenig Kita-Plätze, schicken ihre Kinder auf teure Privatschulen ohne Migranten. Und wo haben wir Platz? Berlins Grüne meinen Inhotels. Während arbeitende Deutsche keine bezahlbare Wohnung mehr finden, werden von ihrem Steuergeld Wohnungen für illegale Scheinflüchtlinge finanziert, mit Mieten oft über 100 Prozent über den ortsüblichen. Aber dass genug Platz in Deutschland sei, das wird ja schon zweifelsfrei durch Stühle vor dem Reichstag bewiesen. Erst die Stühle, dann das Feuerwerk. Die geistigen Brandstifter sitzen hier in Deutschland. Was für eine peinliche, choreografierte Show, diese konzertierte Aktion. Für wie dumm halten die Umsiedlungsfanatiker den Wähler eigentlich? Nein, meine Damen und Herren, Deutschland ist keine weltweite Hilfsorganisation mit lediglich angehängter Steuersklavenbevölkerung. Aufgabe der Regierung ist es, die Interessen des Volkes zu vertreten, des deutschen Volkes. Da haben Sie in der von Ihnen verursachten Lockdown-Krise jetzt wahrlich genug zu tun. Sollte noch je einer von Zweiten haben, dass Sie vermassungsüblich sind. Diese Szene ist der beste Beweis dafür.